mal so einen blöden code und weiß nicht wo man den benutzen soll, dann könnte wird mir jetzt noch nichts als objekt oder so angezeigt 5 5 0 6 0 7 der scanner zeigt auch nicht immer gleich alles an vielleicht oben ich würde gerne was trinken, hallo jetzt gerade ziemlich komisch, dass das hier oben alles leer ist ich habe aber auch keine klöden ich sehe gerade, dass hier dieses polymer ist hier sind Fischis drin das führt tatsächlich nur nach unten sicher sein können, dass es uns noch irgendwo anders sind wird aber also dass man die stimmen hört und irgendwie immer wale jetzt steigen wir in den zug damit wir ihn noch kriegen ich kann jetzt gerne nicht benutzen das soll ich nicht kann nichts machen gerade so poliert man also sowas ich habe das jahrelang verkehrt gemacht sei gegrüßt Genosse Willkommen an Bord von Vortex dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug des Transportsystems von Anlage 3826 ich muss sofort zum WDNH es ist mir ein Vergnügen Genosse die derzeitige Auslastung der Bahnlinie beträgt 0% du kannst sofort abfahren und du bist sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die ganzen anderen Roboter du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten Fahrgastsicherheit ist für jedes robotische Fahrzeug von höchster Bedeutung unsere Algorithmen ich habe gesehen, was eure Algorithmen anrichten können Charles, gibt es in dieser Station eine Neuropolymer Kapsel mit einem Handbuch für den Zug? dann könntest du den Vortex selbst steuern leider ist diese Station kein Verkehrsknotenpunkt hier gibt es keine Handbuchkapsel ach scheiße ok dann sehr gut, dann mal los vorausgesetzt du hast eine Fahrkarte erworben eine Fahrkarte? eine beschissene Fahrkarte? spinnst du? überall liegen Leichen rum in der ganzen Anlage gilt ein Notprotokoll es startet den beschissenen Zug nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung ich entdecke keine Anzeichen einer Schwangerschaft lege eine Bescheinigung deines Gynäkologen vor ich zeig dir gleich was ganz anderes du Stück Scheiße wenn du eine geistige Behinderung hast dann lege deinen Behindertenausweis vor das war's du bist tot Genosse Major achse bitte dass dieser Rafe kein autonomes System ist er ist der Hochgeschwindigkeitszug Vortex wenn du ihn zerstörst kann der Zug nicht mehr fahren also gut hör mal zu du elender Blechhaufen wo kriege ich diese beschissene Fahrkarte her du kannst sie am nächsten Fahrkartenschalter erwerben es gibt Ermäßigungen für Passagiere die mit Kindern reisen welcher Fahrkartenschalter du Drecksteil alle sind geschlossen alle sind tot niemand verkauft Fahrkarten nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung Halt deine scheiß Fresse wenn das so weiter geht werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen Ein einzigartiger Zug was ist daran so besonders fliegt er etwa durch die Luft Dank des von Cello May Ingenieuren entwickelten Markleft Transportsystems erreicht der Vortex Hochgeschwindigkeitszug unglaubliche Geschwindigkeiten und bietet dabei höchsten Fahrgastkomfort Vortex ist ein untrennbarer Teil des neuronalen Netzwerks und passt Geschwindigkeit und Fahrplan automatisch der Anzahl der Passagiere in Zügen und Wartebereichen an nach dem Start von Kollektiv 2.0 Ja ok schon kapiert ich habe keine Zeit Ja das wäre so der erste Zug der Pünktlich wäre 4e aber bei der Beantragung Fahrkarten der Fahrkarte nicht noch das blaue Formulabel werden wir gleich sehen ich ahne Schreckliches Schön meinetwegen nichts wie weg hier ok also Fahrkarten Was soll ich jetzt machen etwa jeder einzelne Leiche durchsuchen Ich würde dir empfehlen mit den Polymerisierten Opfern zu reden Muss das sein wir haben doch schon mit allen gesprochen deswegen erkennen wir ja den Code der war das nicht mit dem Code sondern er da hinten würde das vielleicht das sein Kollege Rettung Gescheitert Entschuldige Genosse hast du vielleicht eine Zugfahrkarte Muss gehen Ramenki Notfall Äh was Alles gescheitert Menschen sterben Eliminierung war korrekt Sonne Arschloch Meine Fresse ich verschwende hier meine Zeit Mut Roboter Nicht hilfsbereit Gar nicht hilfsbereit Äh gut zu wissen Mich muss los Der ist so gar nicht nett ne Ich mach ihn hier vorne noch Das ist ja der Fahrkartenverkäufer eigentlich glaube ich Du wurdest bereits getötet Mann Da hilft dir das ganze Geschrei nicht Ich muss mich verstecken Ich muss mich verstecken Ich muss mich verstecken Herr Braun Du wirst die Roboter zu mir locken Ich muss mich verstecken Ist okay Die Roboter werden dich nie finden Kannst du mir jetzt bitte sagen wo es eine Zugfahrkarte gibt Ich öffne den Fahrkartenschalter nicht Die Roboter würden mich sehen Fragt auch jemand anderen Auf den Fahrkarten sind keine Namen Ok Wieso wird mir das Ding da hinten angezeigt Ich ahne Schreckliches Ich muss wieder komplett zurück Wollen wir mal dass er hier hat Ich kann nicht Ich kann diesen Ort einfach nicht verlassen Hast du vielleicht eine Fahrkarte übrig Genosse? Eine Fahrkarte? Ja ich habe eine Fahrkarte Aber sie ist nutzlos Wieso das? Weil diese Station verflucht ist Siehst du es nicht? Ich würde ein anderes Wort wählen Aber ich will dich nicht beunruhigen Es gibt keine analogische Erklärung Es ist ein Fluch Kein Zweifel Erst hatte ich verschlafen Dann meine Papiere und die Abfahrtszeit vergessen Und dann hätte ich fast den Zug verpasst Und als ich eine Minute vor der Abfahrt ankam Ist vor meinen Augen alles eingefroren Diese Station ist verflucht Ich könnte dir deine verfluchte Fahrkarte abnehmen Und dich so von deinem Aberglauben heilen Genosse Nehmen sie Nehmen sie nur und brich den Fluch Danke Auch wenn ich so meine Zweifel an dem Fluch habe Ok Ja ich musste nicht ganz zurücklaufen Wenn man dann in die eine Richtung da gesehen hat Jetzt haben wir wenigstens eine Fahrkarte Also kann Indiana Johnson uns nicht rauswerfen Nur viel wert Oh du dämliche Blechdose Ich hab's Sei gegrüßt Genossen Willkommen an Bord von Vortex Dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug Des Transportsystems von Anlage 3826 Ja ob wir sind wir Oh Oh Vor vier Stunden Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um Willst du mich verarschen? Abgelaufen? Vor vier Stunden waren hier alle schon tot Bist du etwa die ganze Zeit hin und her gefahren? Starte den Zug bevor ich dir eine Delle verpasse Die Benutzung abgelaufener Fahrkarten ist eines Sowjetbürgers unwürdig Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um Hoffentlich erstickst du daran du fetter Bastard Ich muss sofort zum WDNH Es ist mir ein Vergnügen Genosse Die Wirtzahne Du kannst sofort abfahren Schön meinetwegen Nichts wie weg hier Ich muss doch in die Richtung Dach man diese Blechbüchse in ihre Einzelzeiten zerlegen Irgendwie aus gerne wenn ich am Ziel angekommen bin Mann jetzt muss ich doch den Weg wieder nach hinten latschen Ist bescheuert Es gibt ja hier sonst nichts Haben wir hier schon alles abgescannt Ah, was für nen Scheiß Das ist der Raum wo wir nicht reingekommen sind? Wenn wir das so angucken Ja Findet der auch noch der andere Raum sein Bei ihm? Bei den hatten wir doch schon gesprochen Naja Da wussten wir ja noch nicht dass er ne Fahrkarte braucht Kann ich deine Zugfahrkarte haben Genosse? Es ist ein Notfall Bist du lebendig? Dann hau ab Du kannst es schaffen Verlass die Gegend Kann ich nicht Ich bin der Typ der diese Sauerei aufräumen muss Da starten wir uns auch als der Alarm ausgelöst wurde Und jetzt verstecken wir uns statt die Roboter zu reparieren Dann ist deine Fahrkarte wahrscheinlich abgelaufen Ich habe eine Monatskarte Ist schon ein Monat vergangen? Wie lange liege ich schon hier? Nein, ein Monat ist noch nicht rum Kann ich mir deine Monatskarte leihen Genosse Du brauchst sie nicht mehr Und dieser verdammte Rafik im Zug besteht drauf Du hast einen Rafik gesehen? Halte dich bloß Färben Rafiks töten dich wenn du versuchst mit ihnen zu reden Das kann man so sagen Wenn ich noch einmal mit dieser Blechbüchse reden muss Schmeiß ich mich vor den Zug Also Die Monatskarte Was ist mit dir? Hast du eine oder nicht? Ja doch Nimm sie sie ist in meiner Tasche Ich komme nicht rein Ich hole sie mir Danke Genosse Halte dich von den Rafiks fern Die sind gefährlich Wow Wow Alten Ok Aber trotzdem nicht mal ins Nachbarzimmer kommt Ich kann jetzt aber auch nicht einschlagen oder so Also Keine Ahnung Egal wir haben das was wir brauchen Eine Monatsfrau Cordy Mann 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 Freust du nicht dass du den Weg doch nicht laufen musst ne? Und dann sagt Naja die sollte definitiv funktionieren Geräusch Wenn wir an den Bahnhof angekommen sind Fianna darf sie ihn zerlegen Sei gegrüßt Genosse Ah Ist diese Fahrkarte in Ordnung? Lässt du mich jetzt fahren du Blutsauger Warum hast du mich nicht gleich informiert dass du über ein Reisedokument verfügst Genosse Das könnte die Abfahrt des Zuges beschleunigen Vielleicht weil ich es vorher noch nicht hatte Willst du etwa sagen dass dies nicht deine Fahrkarte ist? Die Fahrkarte von jemand anderem zu benutzen ist eines Sowjetbürgers unwürdig Was hast du da gesagt? Keine Sorge Nach Analyse der Situation bin ich zu dem Schluss gekommen Dass du ein Ordnungshüter bist der eine Notlage untersucht In Anbetracht der derzeitigen Umstände darfst du natürlich kostenlos reisen Alter Ist das dein Ernst? Bitte wähle einen beliebigen Platz Abfahrt des Zuges in 10 Sekunden Wow wir haben soeben ein wahres Wunder der Wissenschaft erlebt Der Zug fährt jetzt ab Nächster Halt Solnitschnaya Station Nein du kannst gerne jetzt schon anfangen Nein das ist Charles Professor Sakharovs Tod ist für mich eine klare Sache Was ist daran verdächtig? Darüber haben wir schon gesprochen Es gibt zu viele offene Fragen Ich muss der Sache auf den Grund gehen Setschenov ist die einzige Familie die ich habe Verstehe Genosse Major Aber was meinen sie mit der Sache auf den Grund gehen? Warum sollte Setschenov seinen besten Freund umbringen? Das ist absurd Warum sollte er das tun? Tja warum wohl? Vielleicht hatte Sakharov ihn betrogen wie seine anderen Kollegen Dr. Filatova zum Beispiel Filatova folgte Petrov Sie ist verliebt Sie konnte nicht klar denken Verdammt Was ist das? Was ist das? Möchtest du? Ja Scheiße Helm! Ah Scheiße Halte! Tja Ach echt ist das dein scheiß Ernst?! fiana ich glaube das mit uns dann irgendwann doch ein bisschen zu stock stock keine zeit für ein schläfchen stock beweg dich und geh in deckung spuck's aus was hat sich schon oft gesagt ok ok genosse monotov ist auf dem weg genosse sechinov will dass du sofort hingehst und eine notfallübung beginnst kapiert wozu das denn aber meinetwegen sonst noch was genosse sechinov wollte dass ich dir das gebe könnte noch nützlich sein soldat agent p3 du musst mir deckung geben was hast du vor also gib mir deckung warte wohin gehst du schlüpfriges kleines riesen fahrsch weiter wuuh 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 Deine was? Falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass mir diese Art von Konzept gefällt. Naja, sein Konzept. Ziemlich komisch. In Anlage 3826 befinden sich viele geheime Testgelände, in denen du eine Vielzahl an Bauplänen für die Verbesserung deines Arsenals findest. Jetzt können wir endlich anfangen, die Sachen zu sammeln. Eingänge zu den Testgeländen sind auf der Karte mit einem Fragezeichen markiert. Außerdem kann dir der Nora-Fabrikator die ungefähre Position eines Testgeländes mit den von dir benötigten Bauplänen verraten. Wissen wir schon. Wähle die gewünschte Verbesserung und drücke dann auf M, um die Karte zu öffnen, auf der dir die ungefähre Position des Testgeländes mit dieser Verbesserung angezeigt wird. Ja, das wussten wir auch schon. Sieht schick aus. War hier so ein Foto-Modus? Nicht doof. Daran haben sie nicht gedacht, ne? Naja, nur leicht geschubst. Zack. Und ist hier Kacke am Dampfen. Ja, hier sind wir. Hier ist das Gelände 1. Also, dass man sich das jetzt nicht markern kann, ne? Okay, die Kamera kann ich hier nicht benutzen. Was denn habe ich? Läuft eine Pestbräule rum? Also, dass man so nicht durchklicken kann. Viel Kameras hat man jetzt nicht. Aber das wäre dann also Testgelände 1, ja. 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 Wir sind ja. Ja. Wir sind ja. Kacke am Dampfen. Wir sind ja.